Wir sind USU. Mit unseren Lösungen gestalten wir die digitale Servicewelt. Du möchtest die digitale Transformation nach vorne bringen, dann findest du bei uns alle Möglichkeiten. Bei der USU als Projektleiter ist man eben das Bindeglied zwischen dem Mitarbeitenden und dem Kunden. Die USU macht quasi IT-Solutions, Produktbereich, Softwarebereich, Consulting-Bereich. Aus meiner Sicht ist es nicht zwingend, dass man die Projektsparung kennt. Also ein bisschen technisches Verständnis wäre schon schön. Man führt eben eher die Planung durch, zeitlich und auch für das Budget. Ich bin gleichzeitig in mehreren Projekten tätig. Wir sind manchmal fünf Personen, manchmal geht es sogar bis zu zehn. Also man kann zu jedem Vorgesetzten gehen, hier auch im Headquarter natürlich direkt zum Vorstand. Ich komme gerne zur USU, weil ich mich hier einfach wohlfühle, weil ich hier meine Arbeit machen kann. Die USU setzt natürlich sehr viel auf Nachhaltigkeit und die meisten Kollegen haben hier einen Firmenwagen, dann entweder ein Elektroauto oder ein Hybridfahrzeug. Und ich habe tatsächlich nur Kunden, mit denen das auch wirklich richtig Spaß macht zu arbeiten. Bist du bereit für die Welt von morgen? Dann komm in unser Team!